Manche Geschichten sind so spannend, dass sogar zwei Filme kaum ausreichen. Das zeigt jetzt der Zweiteiler, Tod im Internat, darin geht es um das Leben in einem Schülerheim, ein verschwundenes Mädchen und lange zurückliegende Geschehnisse geht. Er ist an diesem Montag und Mittwoch jeweils um 20,15 Uhr, ZDF zu sehen. Internat Erlengrund in Hessen Drohnen fliegen über einem malerischen See, bis sie krachend abstürzen. Einige junge Leute sitzen feixend am Ufer. Währenddessen erhält eine junge Frau offenbar eine schreckliche Nachricht. Isabel Moosbach-Nathjaul fährt sofort zum malerisch gelegenen Haus ihrer Mutter, die gerade gestorben ist. Ihr Vater gilt seit Jahren als vermisst. Rasch findet die Fahnderin des LKA heraus, dass die Mama recht vermögend gewesen ist, was sich die Tochter nicht erklären kann. Derweil macht sich Kommissar Sellinger Hanno Koffler auf die Suche nach der als vermisst gemeldeten Schülerin Sophie Wichert-Emma-Drogonova. Ihre Eltern Joachim Kroll, Karoline Eichhorn sind verzweifelt. Isabel Moosbach wird als Sportlehrerin in das Internat eingeschleust und stößt bei ihren verdeckten und nicht ganz ungefährlichen Ermittlungen auf und geahnte Verbindungen, heimliche Geldzahlungen und alte Seilschaften und Verstrickungen, die bis zu den Polizistenmorden am Rande der Startbahnproteste 1987 in Frankfurt zurückreichen. Täter im Film war Volker Jens-Martin Pfeifel, der angeblich vor 13 Jahren bei einem Motorradunfall starb. Er taucht gegen Ende des ersten Teils aber nicht nur ziemlich lebendig auf. Er hat auch Sophie entführt, die schwanger war und ist ein Freund ihres Vaters, der wiederum kurz vor dem Karrieresprung zum K-Präsidenten steht. Dann wird Felix Valentino Fortosi, der Sohn des Gesundheitsdezernenten Frank Baumschulter Oliver Stokowski, tot aus dem See geborgen. Martin Pfeifel 53, Mutter auf Streife, Tatort, Die Liebe, ein seltsames Spiel, beide das erste sagt als Volker Jens im Film, wenn Bäume fallen, dann stehen Menschen auf. Und bezieht sich auf das, wofür man früher eingestanden ist. Das Verhalten meiner Filmfigur hat mit Rache nichts zu tun, vielmehr mit einer großen Sehnsucht, sagte Pfeifel im Gespräch mit der deutschen Presseagentur. Wenn man so eine Vergangenheit hat wie Volker Jens, in der er benutzt wurde von Mächten, von denen man gar nichts mehr wissen möchte und von denen er zum Abtauchen und zu einem Leben in Indien gezwungen worden ist, wo er seine Freundin verloren hat, dann ist das kein Wunder. Erst als Volker Jens von seiner Tochter Sophie erfährt, ändert sich plötzlich alles, doch trotz der neuen Identität gibt er irgendwann einfach auf. Für Martin Pfeifel sei das Wichtigste an dieser Figur gewesen, dass er sich in sie wirklich hineinversetzen konnte. Regisseur Thorsten C. Fischer 54, diverse Tatort und Autorin Frauke Hunfeld durften auf einen Filmmeter von 3,7 Millionen Euro zurückgreifen. Der Film zeigt viele Bilder vom und aus dem Internat, das in Wahrheit ein ehemaliges Krankenhaus im Brandenburgischen ist und vom Wald samt Kirchenruine drumherum. Es wird viel gesagt und noch mehr verschwiegen, es geht um Verrat, Täuschung, falsche Freundschaften und verlorene Kindheiten. Die Story häutet sich allmählich wie eine Zwiebel, einige Fäden werden nicht aufgelöst und auch für die Tiefenzeichnung so mancher Figur bleibt kaum Zeit. Ihr Zweiteiler ist vor allem ein Generationenkrimi und ein bisschen auch ein Politthriller über mögliche Verbindungen zwischen Stasi, BND und RAF. Er ist randvoll gepackt mit mehreren Themen und Handlungssträngen. Eine Miniserie 4 Folgen a 60 Minuten war bereits geplant und wäre sicher besser und verständlicher gewesen, als das jetzige Format von 2x105 Minuten. Am Ende gibt es ziemlich viele tote und noch mehr enttäuschte Hoffnungen. Waren die Menschen früher doch kritischer, politischer, reflektierter, gar war gestern mehr Widerstand, gibt es heute mehr Konsens und ist der auch echt? Antworten darauf gibt es hier keine. Der Zuschauer muss schon dranbleiben, um zumindest alle ziemlich verschachtelten Verwicklungen auch nur annähernd zu verstehen.